was geht ab und willkommen bei einem neuen video ja freund heute ist halloween die vorbereitung laufen leute wir machen jetzt gerade hier im laden alles jetzt schön dekorativ fertig und leute heute habe ich ein special guest für euch dabei und wir haben eine richtig richtig coole idee die wir machen wollen dilo shisha king alter massaker checken wir auf jeden fall sein facebook ab verlinke ich euch ganz oben der video beschreibung leute und kriegen wir das sind wir so leute lasst euch überraschen wir breiten jetzt hier eben alles vor und wir sehen uns gleich wieder wer dieses video nicht likt zu den komisch heute abend so leute ich versuche mal den kopf fertig zu machen und er macht die bowl fertig das wichtigste eigentlich schwer ne brav boah ist voll schön das ist nicht einfacher leute fuck ok liebe freunde so sieht es aus und hier kommt wasser rein machen wir einfach hier wasser rein so leute so sieht das bis jetzt aus muss jetzt noch ein bisschen was gemacht werden so leute jetzt haben wir hier dieses loch ein bisschen größer gemacht damit das alles jetzt hier rein passt und passt ja man perfekt und ich habe jetzt hier bei meinen hier diesen loch eingemacht damit das später hier auf den kopf drauf kommen jetzt verfeinern wir das alles mal ein bisschen und sehen uns gleich wieder leute und jetzt machen wir das überall herr hat sich gegen bruder herr hat sich gegen heute weiter facebook das ist voll schwierig, wie schaffst du das? sieht schon mal gut aus? ja klar bruder, sehr gut und was kommt hier rein bruder? Tabak genau so so leute jetzt bin ich damit fertig vielleicht mache ich gleich noch ein paar feinheiten rein und ich glaube der West macht lieber Dillo ich sage doch du hast keine Ahnung von Checha bruder also mach lieber deine youtube weiter bruder mach du das mal lieber jo leute wir wechseln mal ganz kurz ja leute ich hatte halt nur eine aufgabe und diese aufgabe habe ich natürlich reingeschissen leute der kopf ist zu groß geworden geh mal braun ach so so leute wir dekorieren jetzt das ganze er macht oben den kopf fertig und ich versuche da irgendwie so ein gesicht rein zu bekommen so leute ich habe versucht ein bisschen was hinzubekommen sieht eigentlich ganz ok aus so lange wir auf die kohle warten freunde für die pfeife hier haben wir uns gedacht ich gehe mal ein bisschen live auf you know auf jeden fall schöne grüße leute guck mal was ein genial so leute unsere halloween special shisha ist jetzt fertig aber dann oh wenn ich zwei Leute recommendation habe Bruder gib mal schau rein Olaf. Aber, äh, Olaf ist ja meistens gut. Also, ja, ja, weißt du, der Olaf ist ja... Ist das Olaf nicht? Bestens gut? Nicht schmeckt. Hä? Nicht schmeckt. Schmeckt ehrlich, Hayat, Leute. Ja. Ich hoffe. Hier, Bruder, hier, geh, 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 geh. Wenn das Video euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben, abonniert, hört auf seinen Kanal. Und abonniert auch Dillo Shisha Kick auf Facebook. Es kommen, äh, es kommen viele, äh, noch... Scheiß, seit Jahrzehnten. Wenn es viele, äh, noch viele Videos kommen auf seinem Kanal über Shisha Sachen, schreibt die Kapitän aus, was soll ich Shisha machen? Ja, Leute, schreibt mal in den Kommentaren rein, was wir als nächstes zu einer Shisha umbauen. Ja, Freunde, heute Abend sind wir in der Shisha Bad Dreams, kommt alle vorbei, Leute. Lasst uns heute einen chillen Tag haben, lasst uns zusammen feiern, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend in der Shisha Bad Dreams in Lippstadt und Peace out. Wir children ja hört euch an! Wir lachen Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.